Viele Grüße aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 15.03.2018. Ich bleibe heute zu Hause, denn mir brummt ordentlich der Schädel. Ich hoffe nicht, dass es noch eine Migräne ausartet. Ich merke auch schon, dass meine Hand ein bisschen kribbelt und das ist immer ein Zeichen dafür, dass ich einen Migräneanfall bekomme. Ich bin heute um kurz nach sieben aufgewacht durch meine heftigen Kopfschmerzen. Habe jetzt auch schon eine Dolomin eingeschmissen und werde mich jetzt wieder hinlegen, in der Hoffnung, dass das dann irgendwann weggeht. Viel Wasser trinken und den Tag über im dösenden, hoffentlich auch vielleicht schlafenden Zustand verbringen. Keine Ahnung, was schon wieder los ist. Ein bisschen Flimmern vor den Augen habe ich auch. Das heißt, ich werde mich heute versuchen vom Rechner fernzuhalten und wenn es ein bisschen besser gehen sollte, vielleicht auch mal rausgehen, die frische Stadtluft einatmen. Ansonsten, ja, Kino fällt heute Abend dementsprechend aus und streamen war ja eh nicht angedacht. Also wenn, dann wäre es eh nur Elite gewesen. Von daher sehen wir uns morgen beim nächsten täglichen Vlog und morgen Abend dann zum streamen. Aber heute ist mal ein wenig Sendepause von meiner Seite aus. Also dann kommt gut durch den Tag und bis später. Tschüss.